Ja, ich bin der Hans. Und ich bin der Hannes. Wir beide sind das maritime Duo Hannes und Hans. Ja, wir sind wahrscheinlich die älteste Boyen-Gruppe auf Rügen, wenn das Boyen-Gruppe überhaupt stimmt. Wir sind ja ein maritimes Duo. Und zusammen 155 Jahre alt. Soll mal einer nachmachen. Und seit 25 Jahren haben wir uns voll der maritimen Musik verschrieben. Wir haben noch im Kreiskulturhaus in Bergen die Prüfung abgelegt, 1989 im Juni. Und das war halt eine unserer Höhepunkte in unserem Leben. Seitdem sind wir zusammen hier auf Rügen und machen Musik, so wie es uns gefällt. Schreiben Lieder, so wie es uns gefällt und führen sie auf. Private Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen, in Heimen, in Hotels. Überall sind wir zu Hause. Und 25 Jahre ist eine reiche Geschichte. In dem Kreiskulturhaus, da saßen erst einmal die Chefin des Kreises, die Kulturschefin. Dann saß der Kulturschef damals, dann die Direktorin und ein Gremium. Und da mussten wir Auftritt haben. Wir hatten Auftritt und wurden bewertet. Oberstufe, sehr gut. Ne, Hans? Ja, wir mussten vorher das Programm einreichen. Und dann kam die Prüfungskommission zum Veranstaltungsort und hat das ganze Programm abgenommen. Danach wurden wir eingestuft. Ja, danach durften wir auftreten. Und dann kam die Prüfungskommission zum Veranstaltungen zum Veranstaltungen zum Veranstaltungen zum Veranstaltungen. Umschluss, da ist meine Heimat, nur wie dich du. Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaublichen Fliegen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Bis zum nächsten Mal!